Wie war das für mich neben den Geburten meiner Kinder das großartigste und eindrucksvollste Ereignis, was ich in meinem Leben erleben durfte. Ich war auch in der Nacht in West-Berlin, bin über die Mauer geklettert am Brandenburger Tor. Für ein paar Stunden war da die Möglichkeit, über die Mauer zu gehen. Ich war, wie viele andere wahrscheinlich auch, völlig außer mir. Und dann saßen wir über der Frage, was nun? Ist nun die Luft raus? Ist die große Bevölkerung, wird die jetzt abwarten, nur noch auf die Einheit warten? Und ist die Protestwelle abgeebbt? Oder machen wir erst mal noch weiter? Wir haben die Demokratisierung in unserem Land noch nicht erreicht. Und die war die Voraussetzung für eine Wiedervereinigung. Und deshalb haben wir dann weiter an unseren Plänen gearbeitet, einen runden Tisch zu installieren, an welchem auf der einen Seite die Vertreter der alten Machthaber sitzen und auf der anderen Seite die neuen Kräfte, um sozusagen ein Reglement zu finden, das letztlich zur Möglichkeit zu den ersten freien Wahlen führen sollte. Und dazu mussten Voraussetzungen geschaffen werden, also ein neues Mediengesetz, Parteienvereinigungsgesetz, Wahlgesetz, Parteienfinanzierungsgesetz und so weiter, alles das. Es mussten Arbeitsmöglichkeiten für die neuen Kräfte geschaffen werden, damit die überhaupt in der Lage sind, einen Wahlkampf zu machen. Und wir mussten auch am runden Tisch tagespolitische Aufgaben erledigen und wir mussten die Staatssicherheit auflösen. Also das stand auch unter den Aufgaben des runden Tisches mit der Staatssicherheit, auch wenn die sich dann umbenannt hatte in Amt für nationale Sicherheit. Aber das war nur ein Etikettenaustausch, aber die alten Leute, mit der Staatssicherheit hätten wir keine freien Wahlen gehabt.